Ja, meine Freunde, es war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei, drei Themen im Gepäck. Vor allen Dingen geht es natürlich auch um das Gerücht, was gestern rauskam. Talent Koch nach Bremen. Großes Fragezeichen. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Henrik Koch von Arminia Bielefeld, vielleicht im Sommer zu Werder Bremen. Da werden wir natürlich gleich näher drauf eingehen. Dann kam natürlich gestern auch eine Nachricht rein. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Ich will euch direkt ein Beispiel dazu nennen. Denn gestern kam raus, dass Mohamed Dahouds Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Somit Dahoud im Sommer ablösefrei zu haben ist. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, ich glaube vor zweieinhalb Jahren, ich glaube das war einer unserer ersten Livestreams am Deadline Day, gab es auch mal so ein Gerücht, so ein Internetgerücht war das halt damals. Ich weiß nicht mal, ob es von irgendwo eine spezielle Quelle herkam. Wir hatten auch damals mal über Dahoud gesprochen gehabt bei einer anderen Verletzung. War nämlich eben die große Frage, ob er vielleicht nochmal wechselt oder eben nicht. Und er wollte damals bei Dortmund nochmal neu angreifen. Und dann gab es halt, wie gesagt, so ein Internetgerücht, dass er eventuell ja zu Bremen kommen könnte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Ist aber wie gesagt zweieinhalb Jahre her. Jetzt kam aber eben gestern die Nachricht, dass Dahoud im Sommer wieder ablösefrei ist und Dortmund definitiv ihm keinen neuen Vertrag geben wird. Und daher kam dann doch die ein oder andere Stimme in mein Postfach sozusagen. Beziehungsweise Instagram war komplett voll mit, ey Nico, wäre das nicht einer für Bremen? Könnt ihr auch gerne mal hier direkt zu Beginn des Videos reinschreiben, wie ihr denn Henrik Koch oder Mohamed Dahoud findet oder finden würdet auch. Ja, einfach mal reinschreiben eure Meinung, bevor ich jetzt gleich deutlich mehr nochmal sagen werde zu diesen beiden Kandidaten und ich natürlich auch was einblende dazu. Aber jetzt möchtet ihr erstmal noch meine letzten Worte über das Frankfurt-Spiel verlieren, nachdem wir gestern im Stammtisch eben auch wieder über zwei Stunden, fast zweieinhalb Stunden darüber geredet haben. Und ich weiß auch tatsächlich noch gar nicht, ob ich ein Highlight aus dem Stammtisch mache. Warum, erkläre ich euch jetzt sofort. Wir haben von diesen ein bisschen mehr als zwei Stunden, anderthalb Stunden allein nur über Frankfurt geredet, weil eben, und das war auch völlig okay, weil du gemerkt hast, dass eine Menge Leute eben noch ganz viel aufgekochte Sachen hatten und immer noch am Brudeln waren, die unbedingt auch, was natürlich dazu noch ihre Meinung sagen wollten. Und da musste einfach eine Menge auch erstmal raus. Ich glaube, das Frankfurt-Spiel war für uns alle so ein Spiel auch, was einfach dann doch sehr schwer dann irgendwo ein Stück weit ist zu verarbeiten und nochmal an die Leute, die sich aufregen, sobald man was Negatives sagt, weil wir ja ganz gut noch dastehen. Es geht hier niemandem, und auch gestern beim Stammtisch ging es niemandem darum, irgendwas übermäßig schlecht zu reden, sondern es geht einfach darum, man darf auch verlieren und man darf auch gegen Eintracht Frankfurt definitiv verlieren. Aber es geht auch immer um die Art und Weise, wie man verliert. Wenn du 90 Minuten lang kämpfst und dir gefühlt die Seele danach aus dem Körper kotzt, weil du es so geackert hast und so gefightet hast und danach es einfach nicht gereicht hat, dann fällt diese Sätze mit, der Gegner hatte einfach eine zu hohe Qualität, wir konnten da nicht mithalten. Aber das hatte damit nichts zu tun. Und das will ich hier auch nochmal ganz klar sagen, weil wir sehr schnell in diese zwei Ausreden immer wieder reinfallen. Wir sind Aufsteiger bei der Niederlage, bei der Niederlage sind wir immer Aufsteiger, wir müssen wissen, wo wir herkommen, es geht nur um den Klassenerhalt. Und Punkt zwei ist, immer wieder dann, der Gegner hatte eine zu hohe Qualität. Ist doch klar, dass wir vom Kaderwert da nicht mithalten können. Wie haben wir denn dann Dortmund in der Hinrunde geschlagen? Wie haben wir denn dann Gladbach geschlagen? Weil wir einfach da waren, weil wir die Fehler vom Gegner auch ausgenutzt haben, aber auch gekämpft haben bis zum Schluss. Das hat gerade das Dortmund-Spiel in der Hinrunde völlig bewiesen, wo wir übrigens über 90 Minuten gut gespielt haben, nicht nur 6 Minuten. Ja, aber sei es drum, das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal sagen, über das Frankfurt-Spiel, weil mir das einfach auch wichtig war. Ja, ihr könnt natürlich alle auch gerne den kompletten Stammtisch gucken. Vielleicht natürlich trotzdem schauen, vielleicht kriegt man da noch das ein oder andere Highlight-Video raus. Aber wie gesagt, anderthalb Stunden war halt allein nur der Talk über Frankfurt, deswegen muss ich da noch gucken. Ja, gibt es trotzdem noch eine Info, bevor wir gleich über Dahoud vor allen Dingen auch reden werden. Über Dahoud habe ich nämlich auch oder rede ich auch noch mit Felicio auf unserem allgemeinen Bundesliga-Kanal für alle Fußballfans was. Kommt auch über alle Fußballthemen was. Könnt ihr gerne abchecken, ist unten verlinkt. Und jetzt würde ich mich sehr, sehr freuen, wir starten nämlich erst mal mit Henrik Koch, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr direkt mal ein Dolphys nach oben da lassen würdet. Macht doch gerne die 300 Likes voll für drei Punkte am Wochenende. Ganz wichtige drei Punkte für mich Pflicht siegt. Könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung reinschreiben. Und dann gucken wir uns als erstes mal den Artikel an, der hier rauskam über Teuger Talent Koch nach Bremen. Der ist jetzt hier von fußballtransfer.com, werde ich euch unten verlinken. Die haben sich berufen auf einen Artikel von 90 Minuten. Ich weiß, dass der eine oder andere bei 90 Minuten das erste Mal sagt, boah, weiß ich nicht und kann man das ernst nehmen und so weiter. Also wie gesagt, wir haben da mit Sicherheit in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Artikel nicht gut gehabt oder lagen da völlig falsch. Wissen wir alle. Aber nochmal habe ich da auch schon ein paar Mal gesagt, schreiben auch über viele andere Bundesligisten. Und wenn ihr euch da ein bisschen reinlest und ein bisschen guckt, ich glaube, dass es auch immer bei denen drauf ankommt, wer den Artikel schreibt. Denn das sind nie die gleichen. Und derjenige, der damals den einen oder anderen Artikel geschrieben hat, liest man da gefühlt auch nicht mehr. Also ja, sollten wir das trotzdem hier mal zumindest mal drüber reden. Denn das ist wirklich sehr, sehr interessant. Arminia Bielefeld hat ein wirklich sehr, sehr großes Offensivtalent. Henry Koch mit gerade mal 16 Jahren Mittelstürmer spielt in der Bundesliga U-Mannschaft, also U-17 Bundesliga spielt ja aktuell mit seinen 16 Jahren und wurde auch zur Nationalmannschaft zuletzt eingeladen. Und zwar bei der deutschen U-16-Nationalmannschaft hat er jetzt auch zweimal gespielt und hat auch tatsächlich getroffen. Ist im Allgemeinen so interessant und deswegen will ich ihn auch unbedingt hier größer analysieren, sage ich mal, oder mehr dazu sagen, weil es schon ein Stück weit auffällig ist, nachdem wir auch letztens was über Cola gehört haben aus den USA, dass wir hier so auf einmal die ein oder anderen Jugendtalente hier am Start haben und auch die Gerüchte da kommen, nachdem bekannt geworden ist, dass wir im Sommer einen neuen Kaderplaner kriegen, der von RB Salzburg, der als Jugendtalente eben auch Upamecano und Haarland verpflichtet hat und mit Sicherheit, und das sagt man ihm ja auch nach, gute Kontakte und ein gutes Auge für junge Talente hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass derjenige schon auch seine Finger im Spiel hat. Vielleicht den einen oder anderen Namen, Werder auch zugespielt hat, denn er ist ja nun mal ab Sommer da. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass wenn er im Sommer da ist, dass er dann erst sagt, okay, ich gucke mir jetzt erst alles an und weiß ich nicht, sondern man wird ja auch im Vorhinein schon mal gesprochen haben oder auch das eine oder andere ausgetauscht haben und vielleicht gab es da eben auch die Info, auf den und den mal mehr zu schauen, in den USA zu schauen, wo wir allgemein auch häufiger jetzt scouten wollen, aber auch hier eben in der Jugend immer weiter die Augen offen halten sozusagen und jetzt haben wir hiermit eben auch ein deutsches Talent, Hendrik Koch, was sehr, sehr vielversprechend erstmal aussieht, denn der Junge ist 16 Jahre alt, Deutscher, hat wie gesagt für die deutsche U16-Nationalmannschaft zwei Spiele gemacht, ein Tor, ist bei Bielefeld noch gebunden bis 2024. Falls ihr jetzt sagt, ey, der spielt ja bei Bielefeld U17 und so, ja, hat aber auch im letzten Trainingslager bei den Bielefeldern mitgemacht, also bei den Profis mitgemacht und hat eine krasse Statistik, das muss man auch eben echt mal lassen. Guckt euch mal das da unten an, in zwölf Spielen 17 Tore und elf Vorlagen gemacht, das heißt 28 Scorer in zwölf Partien. Das ist eine mächtige Ansage, von daher wundert es einen auch gar nicht, dass da der ein oder andere Bundesligist die Ohren und Augen offen gehalten hat, denn wenn du 28 Scorer in zwölf Partien machst, dann bekommen das einige Bundesligist natürlich auch mit, vor allem wenn du es in der, wie gesagt, Junioren-Bundesliga dann auch alles schaffst. Und es ist natürlich trotzdem so, dass wir immer darüber reden müssen, oder dass es auch immer ein Thema ist, dass das Ganze nicht vergleichbar ist mit der Bundesliga. Das ist auch klar. Dennoch ist es auch so, dass er eben seine Trefferquote hier unter Beweis stellt. Und wenn du einem dann im Sommer 17-Jährigen die Chance gibst, bei den Profis mitzutrainieren, bei der U23 vielleicht erstmal ein paar Spiele zu machen und er da dann das Ganze bestätigt, dann könnte das ein sehr interessanter Mann für die Zukunft sein. Direkt ein Kandidat für die nächste kommende Bundesliga-Saison, glaube ich eher noch nicht. Also es ist die Rede davon, dass er im Sommer wohl zu uns kommen könnte. Und Werder möchte ihn mit einem Profivertrag locken. Ich glaube aber, dass es bei dem Profivertrag sich darum handelt, ihn eben in der U23 aufzubauen, über Spiele, dass er aber die ganze Zeit bei den Profis schon mittrainiert, um eben diese nötigen Steps auch zu machen. Und vielleicht kann er dann eben so auf sich aufmerksam machen, dass er dann auch in Frage kommt. Das Problem bei dieser Thematik ist natürlich auch, dass Ole Werner einfach nicht sonderlich viel auf die Jugend setzt beziehungsweise auch nicht den Überruf jetzt hat, irgendwelchen Jugendspieler reinzuschmeißen und denen eine Chance zu geben. Und ich weiß, dass der eine oder andere auch immer wieder sagt, bei jüngeren Spielern, dass Werner das ja macht mit Romano Schmid, Dinchy und Niklas Schmidt und so weiter. Ich finde nicht, dass wir Niklas Schmidt oder Romano Schmid als Jugendspieler oder jüngere Spieler, wovon wir dann auch teilweise reden, Chancen über Chancen reden, dass das da der Fall ist. Die sind fester Bestandteil schon im Profikader. Romano Schmid, Niklas Schmidt. Das ist genauso, wie man sagt, warum gibst du Durk oder Völkug die Chance? Ja, weil die fester Bestandteil sind im Profikader und darf mal ab auf funktionieren. Niklas Schmidt auch eben keine 20 mehr. Hat sich jetzt auch über Jahre weiterentwickelt gehabt. Deswegen, das ist für mich so ein Thema, wo wir auch, ja, natürlich immer wieder auch auf Salifu stoßen, wo man sagt, ey, den müsstest du vielleicht mehr bringen. Buchanan, der mit Sicherheit eigentlich den Vorzug bekommen sollte vor Jung. Ich werde, wie gesagt, dazu auch noch ein Video machen. Wahrscheinlich dann morgen, eventuell auch im Dopplerautor. Das kann ich euch nicht genau sagen. Aber Buchanan ist eben auch ein Spieler, der absolut die Zukunft gehört. Aber das kann halt auch nur funktionieren. Er kann es halt auch nur zeigen, wenn du ihm auch die Chance gibst, sich zu zeigen und zu beweisen. Und ich bin dabei sowas auch immer mit der Meinung, wenn du einem Jung, als Beispiel, ich mache es jetzt nur anhand dieses Beispiels, man könnte das jetzt auch mit jedem anderen Spieler machen, wenn du bei dem Jung drei Chancen hintereinander gibst und er dreimal nicht gut spielt, als Beispiel, wo ist das Problem, auch ein Buchanan nicht nur einmal in die Startelf zu tun, sondern zwei-, dreimal und vielleicht gibt es dann auch da schon eine Leistungssteigerung. Vielleicht hat er auch eine kleine Unkonstanz über zehn Spiele, weil er eben noch jung ist, weil er eben sich noch entwickeln muss, aber kann sich vielleicht so festspielen und beweisen, dass du sagst, ey, krass, warum haben wir ihn nicht vorher schon so eingesetzt oder auf ihn gesetzt. Ja, das ist jetzt nur als ein Beispiel. Wir sehen aber auch, das wollte ich euch nochmal auch zeigen, beim Frankfurt-Spiel haben wir auch die Bank gesehen. Und wenn wir da mal gucken, Pipa und Philipp, jetzt mal Zettere ausgenommen, Pipa und Philipp sind die einzigen, sag ich mal, gestandenen Bundesliga-Profis gewesen, die wir im Kader hatten, beziehungsweise auf der Bank hatten. Bei Pipa ist sowieso die größte Frage auch gewesen, warum er nicht schon in der Startelf war, aber gut, das haben wir auch gestern ja ausgiebig im Stammtisch diskutiert. Bei Philipp ist es so, dass er eben auch immer noch als Neuzugang sich erst finden muss, einspielen muss und da auch eben für mich auf der falschen Position eingesetzt wird. Mit diesen krassen Defensivaufgaben, seine Stärken sind ganz klar in der Offensive. Entweder ziehst du ihn klar vor den beiden Achtern, beziehungsweise vor den beiden Sechsern, dass du Philipp als klaren Zielspieler davor hast und hinter den Stürmer oder bringst ihn mal für durch. Dennoch siehst du dann Dinti, Salifu, Buchanan, Dietrich, Berger, Kiarodia, sechs junge Spieler eben, wo Dinti, wie wir kennen, eben dann auch die Chancen bekommen, aber leider ist es eben dann nicht für Salifu, Dietrich, Berger oder Kiarodia gereicht. Kiarodia, der übrigens immer noch eine Staffel im Vertrag hat, es ist nun mal ein Thema, wo wir immer wieder auch drauf stoßen, eben über diese jüngeren Spieler, denen auch mal Chancen zu geben. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ob ihr euch vielleicht den ein oder anderen am Wochenende auch mal gewünscht hättet, den reinzubringen oder auch in Zukunft gerne mal sehen wollen würdet. Ja, dann würde ich sagen, wir springen trotzdem auch natürlich jetzt gleich noch zu Mohamed Dahoud. Hier, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, betrefft der Jugendspieler eben, weil wir haben natürlich jetzt einen Kaderplaner, der schon das ein oder andere junge Talent rausgebracht hat. Wir haben das ein oder andere junge Talent, was auch bei uns in Vorbereitungen gut gespielt hat, wie dann zum Beispiel Salifu, der auf sich aufmerksam machen konnte, Berger, der auf sich aufmerksam machen konnte, Dietrich, der jetzt das erste Mal nominiert worden war, was mich auch sehr freut für den Jungen. Kea Rodia als sehr großes Talent in den Startlöchern, wo ja auch schon einige Interessenten in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder genannt worden sind, wie Leverkusen, dann Milan, Juve, glaube ich. Also gerade aus Italien hat man da immer wieder was gehört, der ja auch bei der Nationalmannschaft am Start ist, bei der Jugendnationalmannschaft, U-Nationalmannschaft, so, und da auch als Kapitän am Start war. ja, und jetzt haben wir eben einen Kaderplaner und weitere junge Spieler, die kommen werden. Ich hoffe, dass Werner, wie gesagt, da irgendwann auch, ja, ein Stück weit mehr sich da noch traut. Er ist eben auch noch ein junger Trainer und man kennt das so erfahrungsgemäß, weiß ich, wie ihr das so beobachtet habt in den letzten Jahren, aber gerade erfahrenere Trainer, ältere Trainer bringen dann doch mal mehr auch einen jüngeren Spieler, weil dann eben da auch eher, ja, vielleicht so ein bisschen die Erfahrung mitspielt, dass man da eben auch gesehen hat, dass diese eben auch gut funktionieren können und dann auch fester Bestandteil werden können. Wir bringen auch gerne immer wieder den legendären Satz rein mit, es gibt keinen zu jung, zu alt, es gibt nur gut oder schlecht und wenn ein Spieler gut ist, dann ist er gut, egal ob er zu jung ist oder nicht, du spielst ihn dann, es gibt dann in dem Moment keinen zu jung. Ja, lass uns trotzdem auch noch mal auf das nächste Thema springen und zwar Mohamed Dahoud, da kam der, ähm, der Artikel beziehungsweise die News ja gestern rein, dass er eben, oder dass sein Vertrag nicht verlängert wird bei Borussia Dortmund und ist aktuell 27 Jahre alt geworden. Ist auch krass, man kennt der Hut schon ewig aus der Bundesliga, wirklich ewig und er ist jetzt erst 27, das hätte man glaube ich, oder die meisten gar nicht gedacht, ich zumindest, zumindest auf keinen Fall, hätte er tatsächlich gedacht, dass er schon ein Stück älter ist, 27 geworden im Januar, ne, also, das ist natürlich auch schon krass, 18 Millionen Marktwert, 1,78 groß ist er, ähm, in dieser Saison von 21 München spielen nur 5 Einsätze, 14% Startelfquote, sein Vertrag läuft im Sommer aus, ist damit ablösefrei zu haben. Wenn man jetzt aber natürlich auch mal guckt bei Dahoud, wer könnte denn da eben als Interessent genannt werden, huch, jetzt habe ich euch das ja weggemacht, so, dann sehen wir hier unten auch schon, Milan, Fragezeichen, Lacer City, Neapel, Sevilla, das sind die ersten 4 Mannschaften, die von Artikeln gestern, nach dieser News genannt worden sind, die wohl Interesse bekunden. Das ist aber wie gesagt, erstmal ein ganz grobes Gerücht, Borussia Mönchengladbach, darüber hat man vor Wochen schon mal was gelesen gehabt, ähm, als eben Ausbilderverein, beziehungsweise auch Ex-Station, man sieht es auch hier unten, äh, für 12 Millionen in der Saison 2017-18 zu Borussia Dortmund gekommen, ähm, dass er da eben vielleicht zurückgehen würde oder könnte, da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, könnte ich mir vorstellen, das kann gut sein, aber vielleicht auch ist es so ein bisschen davon abhängig, ob Gladbach auch die internationalen Plätze erreicht, ähm, das könnte man zumindest vermuten, was ich aber auch glaube ist, dass Dahoud jetzt zu einem Verein auf jeden Fall auch gehen möchte, wo er potenzieller Stammspieler ist, das ist er, oder wäre er mit Sicherheit auch bei Gladbach, ich glaube, bei dem einen oder anderen Gerücht, was aufgetaucht ist, glaube ich eher nicht, und warum, oder könnte so ein Spieler interessant für Werder sein, das waren so die Hauptfragen, die ich gestern immer bekommen habe, könnten wir, meinst du, dass da geht was, und weiß ich nicht, es hängt brutal davon ab, auf welchem Platz wir am Ende landen werden, sage ich euch ehrlich, erst mal, kommt es darauf an, rutscht, rutscht du vielleicht durch Zufall, irgendwie, mit viel Glück, warum auch immer, auf Platz 7, 8 rein, und DFB-Pokal geht an jemanden, der schon international vertreten ist, dann kommst du vielleicht über Umwegen irgendwie in die Conference League, so, sagen wir mal, du wirst Siebter und kommst in die Conference League rein, dann ist das natürlich ein Transferhammer, womit du dich verstärken kannst, was du dann aber auch vielleicht eher gehaltstechnisch bekleiden kannst oder bezahlen kannst, was da machbar ist, wenn wir jetzt aber ganz realistisch das Ganze sehen, aus unserer aktuellen Situation heraus gerade, wird der Hut wahrscheinlich einfach vom Gehalt her zu teuer sein, ist er ein Spieler, der auf den Gehalt verzichtet, ich weiß es nicht, wenn er sagt, ey, Werder zum Beispiel hat Interesse, ich möchte bei einem Traditionsverein bleiben und ich möchte auch unbedingt Stammspieler sein, der vielleicht auch, ich sag mal, ein Mittelpunkt-Spieler ist in der Mannschaft, dann wäre Werder natürlich genau die richtige Wahl bei sowas, aber spielt er auch für 2 Millionen für Werder, das ist dann die große andere Frage und jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, den man hier mit reinnehmen muss, was ist mit den Investoren, was ist mit den Anteilen, kann im Sommer vielleicht oder bis zum Sommer schon Bewegung reinkommen, ihr habt es letztens mitbekommen gehabt, wir hätten an die USA, an die Börse verkaufen können, 30% KG-Anteile und hätten dafür 50 bis 70 Millionen bekommen, das Angebot war nicht so sonderlich gut, für diesen Anteil an Prozente, das ist auch klar oder zumindest für viele klar, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich das einfach nicht sonderlich hoch finde und wenn man das Ganze dann betrachtet, ist es natürlich so, dass Bewegung reingekommen ist und vor allen Dingen, dass auch mal ein Angebot jetzt genannt worden ist, kann natürlich sein, dass bis zum Sommer vielleicht irgendwie finanziell sich da was ganz anderes nochmal auftut, es ist ja sowieso schon so, dass Wiesenhof und auch Matej mehr zahlen in anderen Funktionen dann Wiesenhof dann eben als Top-Sponsor und eben Matej dann als Hauptsponsor, die dann auch auf dem Trikot sein werden, zahlen ja beide im Schnitt nochmal mehr, da ist schon mal ein bisschen mehr Geld da, dann kommt es auf die Platzierung an, die du belegst, dann hast du auch nochmal mehr TV-Gelder, die reinkommen, dann hast du vielleicht den einen oder anderen Abgang, womit du Kohle natürlich regenerierst, hast jetzt im Winter nichts getan, wo du vielleicht ein bisschen was einsparen konntest, dann wird mit Sicherheit der eine oder andere Leihspiel auch festverkauft werden, so dass Gehalt im Kader Platz gemacht wird und dann kommt es eben darauf an, was für Investoren kommen rein, wie viel Geld kommt da rein, dann könnte sowas natürlich realisierbar sein. Eher auf jeden Fall einen ablösefreien Dahoud als ein Spieler, der sag ich mal 8 bis 10 Millionen kosten würde als Ablösesumme und man dann eben noch Gehalt zahlen müsste. Dann vielleicht eher ein Dahoud, wo man zwar beim Gehalt ein Stück weit was mehr zahlt, aber eben keine Ablöse zahlt. Ja, das auf jeden Fall als Notiz bei Dahoud, wie gesagt, ich halte es für in der aktuellen Situation für nicht sonderlich realistisch oder greifbar, dass man Dahoud irgendwie sich ernsthaft mit ihm im Sommer beschäftigen kann. Ich bin aber auch voll bei euch, es wäre ein super kranker Transfer, ich würde mich total freuen, weil Dahoud vor allen Dingen auch jemand ist, der auch ein Spiel leiten kann, eröffnen kann. So einen Dichter und Denker im Mittelfeld zu haben, ist immer eine gute Sache. Er ist im perfekten Fußballalter und wenn man eben diese finanzielle Hürde überwinden kann, dann sehr, sehr gerne, aber eben, ja, aktuell wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Aber nochmal, bis zum Sommer ist noch eine Menge Zeit, Dahoud hat auch gesagt, er möchte sich bis zum Sommer auf Dortmund weiter konzentrieren und da muss man halt sehen, was geht. Dann bin ich selber mal sehr gespannt drauf, was wir dann erleben werden bei dieser Personalie und vor allen Dingen bin ich auch gespannt bei Henry Koch, weil wir da eben ja nun mal auch wirklich dran sind oder zumindest laut Mathematik dran sind und wenn der im Sommer kommt, bin ich sehr gespannt, wie man mit ihm dann plant, ob er eben dann in der U23 aufgebaut wird als Stürmer und dann eben hochgezogen wird oder er wirklich bei den Profis schon einfach eine Chance bekommt in Vorbereitungsspielen, bei der Vorbereitung allgemein. Wie gesagt, ich erinnere nochmal, Henry Koch, 12 Spiele, 17 Tore, 11 Vorlagen, das lasse ich mal als Ausrufezeichen hier stehen. Jetzt würde ich sagen, bin ich erstmal raus, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann schreibt ihr gerne natürlich auch unten rein, Hashtag bin immer noch dabei und auch gerne eure Meinung zu Koch, Dahoud oder auch die Jugendspieler. Lasst gerne ein Däumchen da oben da, lasst gerne ein Abo da, ich bin jetzt erstmal raus, euer Nico und ciao!